Apuleos. Erotische Geschichten der Antike. Rarité und Lipolem. In einer benachtbarten Stadt lebte einst ein junger Ritter von sehr edler Abkunft und großem Vermögen, mit Namen Trasil. Schmausen, Buhlen, Zechen war sein Geschäft, Gauner seine Gesellschaft und Menschenblut hatte schon mehrmals seine Hände befleckt. So wahr dies alles ist, so bekannt war es auch. Gleichwohl war er einer der eifrigsten, die sich um Rarités Hand bewarben, als diese ins heiratsfähige Alter gekommen war. Von allen Mitbewerbern der vornehmste von Geburt suchte er noch durch sehr ansehnliche Geschenke die Eltern Rarités für sich einzunehmen, doch umsonst. Er war wegen seiner Sittenlosigkeit unwillkommen und wurde mit Schimpf und Schande abgewiesen. Der gute Lipolem bekam Rarités Hand. Trasil ließ aber seine Leidenschaft für sie, so hoffnungslos sie auch war, nicht fahren, sondern näherte dieselbe zugleich mit dem Unwillen über das verweigerte Ehebett und suchte durch eine blutige Tat seine Rache und Liebe zugleich zu erlangen. Eine günstige Gelegenheit bot sich ihm dazu da und er ließ sie nicht ungenutzt vorbeigehen. Einmal, als Rarités durch die List und Tapferkeit ihres Bräutigams glücklich aus den Händen von Räubern befreit worden war, kam er unter die Menge der Gratulanten gemischt und tat so, als wäre er außer sich vor Freude über ihre glückliche Rettung und über die nun folgende Vereinigung von Rarités und Lipolem, aus der, wie er sagte, notwendig die allerglänzendste Nachkommenschaft erspriesen müsse. Er wurde von dieser Zeit an, besonders aufgrund seiner edlen Herkunft, unter die vorzüglichsten Gastfreunde des Hauses aufgenommen. Weißlich verbarg er seine verbrecherischen Pläne und spielte den Herzensfreund in größter Vollkommenheit. Durch seine Gespräche, durch häufige Besuche, durch kurzweilige Gesellschaft bei der Mahlzeit, beim Weine, wusste er sich täglich mehr und mehr beliebt zu machen. Jedoch versank er darüber unversehend selbst in den tiefsten Abgrund der Liebe. Und warum auch nicht? Der erste Funke der Liebe ist klein und erwärmt angenehm das Herz. Aber wenn er durch vertrauten Umgang angefacht wird, so lodert er in Flammen auf, die endlich in wilder Glut den ganzen Menschen verzehren. Trasil ging aber lange mit sich zu Rate, wie er sich Harité heimlich entdecken könne. Allein wie an sie herankommen, da sie beständig von Leuten umgeben und bewacht war. Wie es wagen, ihr von seiner Liebe zu reden, da ihre Neigung zu Lipolem ihrem Gemahle im ersten Wachstum war und mit jedem Tag stärker wurde. Ja, fände er wieder alles Erwarten, auch Gehör bei Harité? Ihre jungfräuliche Unerfahrenheit würde ihrem Manne sogleich ihre heimliche Liebe verraten. Doch all diese unüberwindlichen Schwierigkeiten schreckten ihn nicht ab. Einer so heftigen, sich täglich steigernden Leidenschaft wie der seinen, düngte nichts unmöglich. Hört, ich bitte euch, hört mit bekümmertem Herzen, welch einen entsetzlichen Weg seine rasende Begierde einschlug. Eines Tages nahm ihn Lipole mit sich, als er Wild zu jagen ausging, sofern man Rehe als Wild bezeichnen kann, denn mit Hauern oder Hörnern bewährte Tiere ließ Harité aus Besorgnis ihren Gemahl nicht nachstellen. Schon war der Hang eines dicht mit Wald bewachsenen Hügels mit Netzen umstellt und die Jäger gingen auf den Anstand. Man ließ die Spürhunde los, das im Lager liegende Wildbret aufzutreiben. Stracks verteilten sich dieselben, allen Teilen durch das Dickicht und wohl abgerichtet, wie sie waren, jagten sie mit heimlichen Gekläff, bis sie Witterung aufnahmen. Nun wurden sie laut, dass weit umher der ganze Forst vom heftigen Gebell wiederhallte. Kein flüchtiges Reh stand vor ihnen auf, kein schüchternes Dammtier, keine vor anderen Tieren zahme Hindin, aber ein gewaltiger Keiler, den man noch nie in dieser Gegend gesehen hatte. Seine hängende Wamme, seine Schwarte, dick mit Kot gepanzert, gleich einem Bären, über und über zottig. Hoch die Borsten des Rückens gesträubt, schäumte er vor Wut, fletschte die Hauer und drohte Gefahr aus feuerflammenden Augen. Wie ein Blitzstrahl fährt er unter die Hunde, die sich ihm ankünsten genährt, haut rechts, haut links um sich her mit seinen gekrümmten Gewehren und sie liegen tot zu Boden gestreckt. Nun rennt er gerade gegen das Netz an, stürzt es im ersten Anlauf nieder und davon ins Freie. Die ganze Jagdgesellschaft war stark vor Schrecken. Keiner anderen als gefahrloser Jagd gewohnt und noch dazu ohne Waffen, ohne Schutz, stoben sie auseinander und verkrochen sich so gut sie nur konnten hinter Gesträuchen und Bäumen. Allein Trasyll dünkte dies die schönste Gelegenheit zur Ausübung hinterlistiger Anschläge. Allein Trasyll dünkte dies die